Der Geist der Documenta schwebt in diesem Jahr auch über dem Zissl. Es ist ein guter Geist. Bei bestem Wetter kamen auch zum Zissl-Wasserfestzug am Sonntag tausende Kassler, um das Schauspiel vom Ufer aus zu verfolgen. Insgesamt 100 Boote, darunter 28 mit liebevoll gestalteten Motiven, waren von der Fulda-Brücke flussaufwärts unterwegs. Auf den Motivbooten war neben der Documenta vor allem die geplante Schleusenschließung das Thema. Und so gilt der bekannte Ruf »Fulle Wasser, Fulle Wasser, Heu, Heu, Heu« in diesem Jahr vor allem dem Bundesverkehrsministerium, das sich für den Erhalt der Fulda-Schleuse einsetzen soll. Wie auch immer diese Entscheidung ausgehen mag, die unmittelbare Nähe von Documenta und Zissl war eine Bereicherung für beide Seiten. Auch wenn es deshalb teilweise eng wurde rund um die Orangerie. Untertitelung im Auftrag des ZDF,